Hallo ihr Lieben, Selam Aleikum, Dobadan Draghi Moin. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum es auf meinem Blog und auf meinem YouTube-Channel so ruhig ist und es liegt daran, ich bin im Urlaub bei meiner Familie und komme nicht mit leeren Händen zurück, sondern habe bei den Frauen unserer Familie in die Kochtöpfe und in den Herd geschaut und zeige euch ein paar Familienrezepte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018